Ich glaube, ich brauche heute einen männlichen Sprecher. Ja, okay, mache ich. Machst du? Ja. Mist, jetzt muss ich das Voice-Over machen. Erstmal brauchen wir Musik. Und ein Zeitraffer. Bingo. Dann müssen wir schnell erklären, was wir machen. Julius Stern Institut kooperiert für sieben Tage mit dem Underground Youth Orchestra. So. Was haben wir heute gemacht? Aufgestanden und gefrühstückt. Dann das Video von gestern angeschaut. Ja, die Taugel-Koktel. Danach haben wir echt verdammt lange geprobt. Alle Gretel. Ein after Lento Moderator. Letter F. Last five bars. Letter B. Bach. Letter A. Bar 30. Bam, bam. Wunderbar. Machen wir jetzt Pause? Aber Zeit für einen Eiskaffee blieb natürlich noch. Ach so, und Yolanda hat einen Witz erzählt. Oh nee, ich kann keinen Witz erzählen. Weiter ging's mit der Probe. Vier letzten Takt. Ba, 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 ba. Two, three, four, five, six, seven. Ja, ba, da, 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 da. Wohnmübend. Athletic Q. Jetzt zurück in die Sonne. Sehr disziplinierte Probe. Nicht vergessen, kommenden Mittwoch um 21 Uhr im dritten griechischen Radioprogramm. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Und jetzt zurück in die Sonne. Das war eine schauspielerische Höchstleistung. Jetzt müssen hier noch die ganzen Logos hin und subscriben. Nicht vergessen, bis morgen. Ich grüße Nike. Sie guckt sich jeden Tag deine Videos an. Nike ist meine beiden Zwillingsschwestern, die sind ganz begeistert. Mama, ich bin im Fernsehen. Fernsehen. Ja, ich bin auf YouTube. Ich muss jetzt auch noch meine andere Schwester grüßen, das ist gemein. Ich hab meine Mama ganz toll lieb. Deshalb muss ich sie grüßen. Ja, ich bin im Fernsehen. Ich bin im Fernsehen.